Ein herzliches Hallo wieder bei Degayoshi. Ich habe mir wieder mal eine BD zugelegt. Diesmal ist es eine nette Komödie. Sie fängt so als Steinzeitmensch an und dann wird diese Geschichte in Schnelldurchlauf mal mehr oder weniger erzählt. Es ist relativ witzig. Ich habe ihn auch vor kurzem auf ProSieben Klappe. Fand ich ihn ganz okay und habe mir das auch auf BD gekauft. Also ist nicht schlecht. Jeder mag vielleicht nicht Jack Black und sowas, aber ich finde ihn ganz okay. Manche Rollen sind schon nicht verkehrt. Ja, in der vorliegenden Extended Version. Year One aller Anfang ist schwer. Ganz nett. Hat eine schöne Bildqualität. Also ich finde es okay. Der Ton ist auch in Ordnung. Kann man eigentlich nicht meckern. Machst du dich scharf? Ja. Extras sind auch einige drauf. Kann sich sehen lassen. Hat immerhin ein Wendekover. Aber sonst nichts weiteres. Also ganz normale Amore. Ja, das sollte eigentlich schon gewesen sein von den Filmen Year One und von Degayoshi. Alles klar, bis zum nächsten Jahr. Bye Bye.